Ja, ich stehe hier neben Stephanie Giesinger, ist ein bisschen größer als ich. Sie sind ja eigentlich Model, man kennt Sie von Termini Sex Topmodel. Warum sind Sie auf der Berlinale? Ich interessiere mich schon ganz lange für Filme und ich finde einfach, das ist einer der schönsten Events in Berlin oder generell in Deutschland. Und ich bin hier mit L'Oreal und ich finde, das ist eine Riesenehre. Das heißt, man wird Sie auch gleich auf dem roten Teppich sehen dürfen? Genau. Wollen Sie mir noch verraten, was Ihr Lieblingsfilm ist? Oh Gott, mein Lieblingsfilm ist auf jeden Fall gerade La La Land. Ist so, so schön, wirklich einer meiner liebsten Filme überhaupt. Und gucken Sie sich jetzt dieses Jahr auf der Berlinale auch Filme an? Ja, ich werde mir heute, ich glaube, Dschungel ansehen. Oh mein Gott, ich weiß es gar nicht. Oui? Django. Ja, genau, Django. Haben Sie denn eine Ahnung, worum es in dem Film geht, wenn Sie schon bei dem Titel nicht so sicher sind? Ehrlich gesagt leider nicht. Es tut mir leid. Ich weiß, dass es ein französischer Film ist. Ich weiß, dass es glücklicherweise englische Untertitel gibt. Aber mehr konnte ich mich gar nicht informieren, was wahrscheinlich sehr, sehr schlecht ist. Ja, dann würde ich Ihnen dann trotzdem viel Spaß wünschen. Vielleicht lassen Sie sich dann überraschen. Ja, Dankeschön. Vielen Dank.